ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zur auswertung von meinem 3000 abonnenten special bevor wir jetzt hier gleich zur ermittlung der glücklichen gewinner kommen gibt es jetzt vorab von mir noch mal ein paar infos zahlen daten fakten und das ganze drumherum und zwar haben sich insgesamt an dieser verlosung an dem giveaway von den drei merch artikeln insgesamt 74 unterschiedliche user beteiligt davon hat einer geschrieben dass er keine also dass er nicht an der verlosung teilnehmen möchte dass er keinen merch artikel haben möchte dementsprechend sind jetzt hier 73 unterschiedliche user dabei und da werden wir jetzt hier gleich mit hilfe eines zufallsgenerators die drei glücklichen gewinner ermitteln den zufalls generator den ich hier benutze den habe ich euch selbstverständlich unten unter dem video verlinkt das findet ihr auf der seite www.matte-retter.de und das ding benutze ich eigentlich immer wenn ich sowas mache ist eine super sache und funktioniert prima ich werde euch jetzt auch bevor das losgeht einfach noch mal meine e mail adresse hier im video einblenden und auch unten in der video beschreibung werdet ihr meine e mail adresse noch mal wieder finden und da möchte ich euch bitten oder besser gesagt die gewinner möchte ich bitten dass wenn ihr gewonnen habt schreibt mir bitte kurz eine mail in der mail sollte drinstehen euer username auf youtube damit ich das zuordnen kann dann natürlich die anschrift wo das ganze halt hin soll wenn ihr eine tasse gewonnen habt dann schreibt mir bitte dort welches motiv auf diese tasse drauf soll und solltet ihr das t shirt gewonnen haben dann schreibt mir doch bitte zusätzlich noch dazu in welcher größe ihr das t shirt denn haben mögt das war im prinzip auch schon alles was ihr dann tun müsst also das ist völlig undramatisch wenn noch weitere fragen offen geblieben sind einfach ab damit unten in die kommentare oder einfach auch gerne per mail gar kein problem in diesem sinne fangen wir jetzt direkt an und werden als allererstes mal schauen wer denn eine tasse gewonnen hat und die erste tasse geht an yukatan herzlichen glückwunsch yukatan schön dass du dabei warst und ich hoffe du freust dich darüber dann geht es weiter die zweite tasse geht an metal metal is religion herzlichen glückwunsch auch dir mein lieber schön dass du dabei warst freut mich und dann schauen wir uns jetzt noch an wer das t shirt gewonnen hat das t shirt geht an bumble bumble mein lieber herzlichen glückwunsch auch dir schön dass auch du mitgemacht hast schön dass auch du dabei warst bei dir wie gesagt in der mail bitte ganz wichtig die größe mit reinschreiben und natürlich auch damit reinschreiben welches motiv da drauf soll ansonsten wie gesagt eine adresse dazu wo ich das ganze hinschicken soll mehr müsst ihr nicht tun ich freue mich dass ihr mitgemacht habt ich sage auch noch mal vielen lieben dank für die ganzen kommentare leute das war natürlich wieder der absolute hammer ich habe mich megamäßig gefreut wirklich total klasse ihr seid die geilste community die man sich wünschen kann einfach nur der hammer vielen lieben dank in diesem sinne wünsche ich den gewinnern auf jeden fall viel spaß damit und allen anderen ja schade dass es nicht geklappt hat vielleicht beim nächsten mal eventuell wächst das bobbyversum ja noch weiter und wir haben dann noch mal irgendwann die möglichkeit ein weiteres abo special rauszutun oder ähnliches in diesem sinne wünsche ich euch jetzt trotzdem allen erst mal alles gute eine schöne weihnachtszeit und bis zum nächsten stream oder video